Du stellst mich wirklich vor eine grosse Herausforderung. Ich weiss, dass du sehr gut belesen bist, dir viele Daten anschaust, deshalb auch vieles zu berichten hast und auch sehr kompetent bist. Du sprichst davon, dass das amerikanische Jahrhundert zu Ende geht und die Aktienbörse vor einer grossen Korrektur steht. Wie das? Das amerikanische Jahrhundert geht zu Ende. Kurzfristig stehen wir vor einer Rezession, einer scharfen Rezession 2025-2026 in den USA und darüber hinaus auch in Europa. Das findet vor einem veränderten internationalen Umfeld statt. Die Wachstumslokomotive China, die die Weltwirtschaft getragen hat in den letzten 20 Jahren oder massgeblich getragen hat, ist in eine Strukturkrise geraten. Diese Strukturkrise bedroht auch das internationale Währungssystem, das bisher exklusiv dollarbasiert gewesen ist. Es äussert sich dies im Aufstieg der BRICS, die eine eigene Währung einführen, als Alternative zum Dollar einführen wollen, was die Situation für die USA zusätzlich erschwert. Und zuletzt die künstliche Intelligenz als zukünftige Produktivitätslokomotive, die in den Märkten heute sehr gehypt wird, die wird nicht stattfinden, jedenfalls nicht in den USA und auch nicht in Europa, wenn dann überhaupt in China. Ein ganzes Paket an Ungemach, also schauen wir uns das im Detail an. Vielleicht kannst du dich aber zuerst einmal unseren Zuschauern vorstellen. Ich bin Volkswirtschafter, sehr quantitativ orientiert. Ich bin nachher nach dem Studium in die Konjunkturabteilung der Schweizerischen Nationalbank gegangen. Das ist ja sehr interessant. Ich war zuständig, vor allem für USA und Japan als Länder. Dann bin ich in die Credit Suisse gewechselt. Aus Posten, wo wir uns kennengelernt haben, ja. Im Handel also, auf der Zins- und Währungsseite. Ich war so Analyst für Zinsen und Währungen, auch für Edelmetalle. Bin dann nachher ins Asset Management gewechselt, zunächst bei Privatbanken und dann bei institutionellen Investoren. Michael, als wir uns getroffen haben und die ersten Gespräche hatten, was ja dann auch zu diesem Video hier geführt hat, hast du mir so ein bisschen erzählt, was du von den Märkten denkst. Und da ist eine ganz, ganz negative Perspektive von dir hervorgekommen. Kannst du ganz kurz in ein paar Sätzen zusammenfassen, was du da am Horizont kommen siehst? Ja, ich denke, wir stehen vor einer globalen Rezession zunächst. Verursacht von der Geldpolitik in den USA und in Europa. Dann begleitet von einer schweren Strukturkrise in China. Das wird zu einem weltweiten Abschwung zunächst führen und in einer zweiten Phase durch die Art, wie man diese Probleme bewältigt, zu einem inflationären Aufschwung. Also alles negative Aufschwung. Ja gut, also jetzt, ich meine, mit negativen Nachrichten lässt sich immer gut Kasse machen. Bist du einfach in so einem Permabär? Ich meine, es gibt ja einige, die da mit Geschäften machen. Nein, das würde ich nicht so sagen. Ich stütze mich auf alles zugängliche Informationen und die sagen mir… Das wären zum Beispiel? Ja, alle Daten, Datenreihen, historische Datenreihen vor allem auch, dann auf wissenschaftliche Untersuchungen, welche Variablen die Zukunft, wie gut es kompieren. Das werde ich versuchen, hier etwas rüberzubringen und auch zu dokumentieren, um begreiflich zu machen, was hinter diesen Ansichten steht. Gut, ich würde sagen, dann schiess mal los mit deiner ersten Grafik, die du mitgebracht hast. Diese Grafik hat zwei Variablen, die aufgezeichnet sind. Die kurzen Zinsen, das ist die hellblaue Kurve, die stark beeinflusst, ja. Und die Zinsdifferenz zwischen zehnjährigen und dreimonatigen Treasuries. Also da muss man vielleicht mal, für die, die das nicht wissen, man darf eingehen, was ist denn das Besondere? Also die kurzen Zinsen, da kriegst du in der Regel weniger für kurzfristige Ausleihungen als für langfristige. Das ist ja eigentlich logisch am Markt. Und diese Zinsdifferenz hat besonders gute prognostische Eigenschaften, sowohl für den Umschwung zu einer Expansionsphase, wie auch für den oberen Wendepunkt und vor allem die nachfolgende Rezession. Wir sehen hier das schön. Typisch ist, dass die FED die Geldpolitik strafft, also die Zinsen stark anhebt, hat sie hier auch gemacht. Dann invertiert sich die Zinskurve, also das heisst, die kurzen Zinsen liegen höher als die langen und mit einer zeitlichen Verzögerung bis zu 24 Monaten später tritt dann eine Rezession, das sind diese schraffierten Flächen ein. Und das haben wir für die ganze Nachkriegszeit. Das ist ein sehr regelmässiges Muster. Immer wenn wir invertierte Zinskurven hatten, kriegten wir nachher eine Rezession. Und das Wichtige ist, diesmal ist die Inversion sehr stark, so stark wie nur Anfang der 80er Jahre. Das war nachher nachfolgend die tiefste Rezession der ganzen Nachkriegszeit. Und das allein, weil es sehr solide ist und auch durch quantitative Untersuchungen belegt, ist ein Warnzeichen, dass wir vor einer grösseren Rezession stehen. Aber die Aktienmärkte zeigen etwas ganz anderes an. Und die Analysten sprechen da von einer rosigen Zukunft, weil die Fed ja jetzt reagiert hat. Und du erzählst etwas völlig anderes. Es ist so, dass die Fed immer viel zu spät reagiert hat, nicht mit den Zinsen kurz vor der oder in der Rezession gesenkt hat. Das ist das typische Muster. Dazu ist zu sagen, das Element, das jetzt noch fehlt, damit nicht die Mehrzahl der Analysten negativ werden, ist ein Kreditereignis, eine Kreditkrise. Das heisst, ein Anstieg der Risikoprämien in den Kreditmärkten. Ich habe hier einerseits die Kreditrisikoprämie bei den High-Yields, also bei den Junk-Anleihen. Also für die Anleihen mit schlechten Kreditqualitäten. Und hier auch für Triple Bs, also das sind investitionswürdige, aber mit einem relativ schlechten Rating an der Grenze zum Junk-Bereich. Und das Typische ist eben, dass auch dieses erreicht, das kann in der Rezession auftreten oder kurz vor der Rezession, und es kann auch lange vor der Rezession schon ansteigen. Aber das Muster, dass wir bis jetzt keine Kreditkrise haben, das sagt gar nichts aus, ob es nicht ein Ereignis gibt. Dann, du hast die Aktienmärkte angesprochen. Die Aktienmärkte typischerweise, die brechen ein bei Rezessionsbeginn. Die Aktienmärkte haben ganz schlechte Eigenschaften als Prädiktor der Konjunktur. Typischerweise korrigieren sie beim Einsetzen der Rezession, wenn die Gewinnwarnungen kommen, wenn Absatzkrisen… Das wäre jetzt dann… Da sind wir jetzt im Vorfeld. Ich würde jetzt sagen, wir sind nicht mehr weit entfernt. Was gibt es denn da für dich irgendwie die finalen Signale, wo man sagen kann, jetzt nach zwei Wochen, drei Wochen… Das würde ich nicht so sagen, aber für den US- und auch für den europäischen Business-Zyklus ist schon so, dass die typischerweise die Autoverkäufe einerseits und die Bauvorhaben andererseits, dass die also Prädiktoren sind. Gibt es denn noch andere Anzeichen dafür, andere Daten? Wir haben Finanzmarktdaten gesehen für die Wirtschaft, irgendwas anderes. Dass da wirklich eine Rezession kommt, weil irgendwie ist es ja schwierig zu glauben. Andere Analysten… Also man hört das selten jetzt, also von Rezession. Ja gut, da redet man nicht so gerne darüber. Wichtig ist, dass in den USA haben wir effektiv andere vorlaufende Indikatoren mit hoher Zuverlässigkeit. Das ist vor allem der Index des Conference Board. Das ist eine Organisation, die 1916 gegründet hat, die einen Leading Indicator hat, der immer wieder verfeinert, aufdatiert worden ist. Der ist empirisch mit Abstand der beste Leading Indicator, zum Beispiel viel besser als derjenige der OECD. Und der Leading Indicator des Conference Board signalisiert eine Rezession. Schon jetzt. Das selbe. Das selbe. Wichtig ist, dass ein zweiter, guter Hinweis kommt auch vom Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote steigt typischerweise erst in der Rezession. Also da sind wir jetzt noch nicht drin, nach deiner Interpretation. Ja, aber hier hat sie schon gedreht. Und die Arbeitslosenquote hat eine Persistenz. Wenn sie steigt, dann steigt sie dann richtig. Und wenn sie fällt, fällt sie weg. Man sieht, das ist nicht ein Geflacker, sondern in der Expansionsphase fällt sie und vor der Rezessionsphase hier steigt sie schon relativ kräftig. Dazu muss man noch sagen, dass wir ein erhebliches Datenproblem in den USA haben in Bezug auf Arbeitsmarktdaten. Also da gibt es ja immer wieder Revisionen, das ist ja fast lächerlich manchmal. Ja, da sind jetzt auf einmal 800.000 neu geschaffene Stellen verschwunden für die Periode April 23 bis März 24. Mit der Aussicht, dass noch weitere Revisionen für die gleiche... Also bei diesen Dingen, Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, ich frage mich immer wieder, also es ist fast schon manipulativ. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Es hat eine Komplexität dahinter. Sind die so schlecht oder so schwer zum... Ja, das ist für eine grosse Wirtschaft sehr schwierig zu erfassen. Wichtig ist auch, dass die Definition der Arbeitslosigkeit in den USA ist man beschäftigt, wenn man vier oder sechs Stunden in der Woche arbeitet. Und wir haben einen sehr grossen Teilzeitsektor. Die Erfassung von Arbeitslosigkeit per se ist schon problematisch in den USA. Und von daher würde ich dem schon einiges Gewicht geben, weil es eben genau von diesen Revisionen begleitet worden ist, die eigentlich das ganze Bild der Vollbeschäftigung nicht nur etwas getrübt, sondern eigentlich fast vernichtet haben. Die Anzahl Vollbeschäftigte sind heute viel tiefer als Ende 2019. Was zugenommen hat, ist die Teilzeitbeschäftigung. Und wenn man das noch anschaut, dann vor allem konzentriert auf Immigranten, die in den letzten drei, vier Jahren eingereist sind in die USA. Die Teilzeitarbeit der einheimischen Bevölkerung hat praktisch nicht zugenommen. Gut, wir wissen, die USA ist die grösste Volkswirtschaft der Welt. Aber jetzt haben wir noch immer über die USA gesprochen. Wie sieht es denn global aus in einem grösseren Kontext? Ich würde sagen, in Europa... Ich möchte das mal mit einem Vergleich mit China beginnen. Das, was die gegenwärtige Rezession, die nach meiner Meinung kommen wird, so schwierig macht auch, ist, dass sie begleitet ist von einer Strukturkrise der chinesischen Wirtschaft. Das ist der Leading Indicator für die USA, einfach im Niveau, während es vorher in der Veränderungsrate war. Also im Blau, das ist die USA. Und China, der Leading Indicator, ist immer nur gestiegen. Ganz kurze Korrekturphase da bei der Corona-Krise, aber sonst praktisch nichts. Und jetzt seit zwei Jahren rückläufig, eigentlich mehr als zwei Jahre rückläufig. Das widerspiegelt vor allem die Krise des Immobilienbau- und Immobiliensektors, der zentral ist für die chinesische Wirtschaft und assoziiert die Verschlechterung des Arbeitsmarktes auf die Konsumbereitschaft schlägt. Worauf führst du denn jetzt diese Abschlechung in China zurück? Es gab ja so etwas noch nie. Also was läuft das aus? Es ist ja jetzt nicht eine geldpolitisch verursachte Krise, sondern es ist eine Überinvestitions... Das ist Ergebnis einer weit verbreiteten Überinvestition. Es sind viel zu viele Wohnungen, Häuser, Infrastrukturen aller Art, sind gebaut worden und das äussert sich in einer strukturellen Überkapazität quer durch die ganze Wirtschaft und darum wird natürlich jetzt weniger investiert. Es gibt so viele leer stehende Wohnungen, unverkäufliche Wohnungen und die grossen Immobilienentwickler sind zusammengebrochen. Wir haben das Modell, das die Haushalte eigentlich anzahlten für spätere Immobilienkäufe. Das existiert nicht mehr, weil viele Leute werden ihr Geld verlieren in Bauten, die nicht fertiggestellt werden. Das ist etwas, was... Ich meine, auch im Westen hat es grosse Bau- und Immobilienkrisen und die dauern typischerweise eben länger oder lange. Also nicht jetzt? Es gibt keine Immobilienkrise bei uns? Sie zeichnet sich aber... Also bei uns in der Schweiz nicht, aber in den USA und auch in Europa gibt es schon jetzt Anzeichen einer Immobilienkrise im gewerblichen Sektor. Gut, also du sagst, dass die Hypothese, dass die Binnenkonjunktur unter die Räder gerät, oder jetzt schon unter die Räder kommt, in den USA, Europa und China. Aber was ist denn mit dem Aussenhandel und dem Währungssystem? In Bezug auf den Aussenhandel würde ich sagen, da haben wir eine spezielle Situation. In den letzten 20 Jahren ist es immer so gewesen, dass China eigentlich der Stabilisator der Weltkonjunktur war. Läuft einfach, läuft einfach. Ja, und haben sogar grosse Konjunkturprogramme aufgelegt 2008, 2009 und so die Wirtschaft aus dem Tief geholt. Also du sagst, auch die Chinesen haben damals auch Europa und den USA geholfen. Ja, sehr. Neben dem Fed und den Zentralbanken, das war das Wesentliche. Ich würde sagen, diesmal, für diese Rezession, wird, oder die kommende Rezession, wird China eher ein Mühlstein am Hals der westlichen Industrieländer sein. Und zwar aus folgenden Gründen. Die chinesische Führung hat auf diese sehr beispiellose Wirtschaft, Krise des Bau- und Immobiliensektors reagiert, indem sie sehr viel investiert hat in die Exportwirtschaft. Und sie subventioniert alle Arten von Sektoren im Exportbereich, vor allem solche in Wachstumsbereichen, also Autobau, dann erneuerbare Energien und so weiter. Und da drängen sehr viele Marktteilnehmer auf den Markt und üben einen enormen Druck auf die Konkurrenten auf dem Weltmarkt aus. Zunächst einmal nicht im Export, dann aber auch auf dem Binnenmarkt in China, das ist der grösste Binnenmarkt der Welt. Und zusätzlich, wir sind seit vier, fünf Jahren in einem Wirtschaftskonflikt zwischen den USA hauptsächlich bis jetzt und China. Die USA haben Sanktionen auf allen verschiedenen Ebenen verhängt. Du hast ja gesagt, gegen 43 Länder haben sie insgesamt Sanktionen. Ja, ja, also das ist querbeet. China ist nur, oder Russland ist nur, das sind sehr viele Schwellen- und Entwicklungsländer. Aber gegenüber China spezifisch ist, dass sich die chinesische Regierung versucht, völlig abzunabeln von möglichen Druckmöglichkeiten seitens der USA oder jetzt auch neuerdings Europas. Und das machen sie, indem sie einfach eine Importsubstitution machen. Also China ist ja der grösste Importeur der Welt und sie versuchen überall, wo es möglich ist, die Lieferketten zu bereinigen, sodass es keinen Einfluss westlicher Sanktionen gibt. Also es ist der Aussenhandel, wird sich in einer ganz negativen Weise für die westlichen Industrieländer auswirken, während es ein Konjunkturstabilisator in China selber ist. Das ist effektiv so. Siehst du denn das jetzt in Verbindung auch mit der Ukraine-Krise, wo die USA ja jetzt fremde Währungen, fremde Vermögen einbehalten hat? Das ist richtig. Das, was wir haben heute, ist eine latente Krise des Weltwährungssystems. Das Weltwährungssystem seit den frühen 70er-Jahren war ein Petro-Dollar-Standard. Die Überschussländer waren hauptsächlich die grossen Erdöl- und Erdgasproduzentenländer. Und nun haben die USA die ganzen Währungsreserven zunächst blockiert und wollen sie effektiv enteignen, die Währungsreserven von Russland. Und das ist natürlich schon ein neues ... Spisslos. Ja, es hat eine neue Grössenordnung. Es sind schon früher die Währungsreserven anderer Erdölproduzierender Länder einbehalten worden. Iran, Venezuela. Aber Russland ist natürlich das zweitgrösste Überschussland im Welthandel. Und von daher hat es eine neue Dimension und eine Signalwirkung. Das ist das eine. Die USA haben die Praxis der Wirtschaftssanktionen in einer beispielslosen Weise ausgeweitet. Inzwischen sind es drei bis 45 Länder, die amerikanischen Wirtschaftssanktionen unterliegen. Die können extrem ... Wirtschaftssanktionen muss man übersetzen, das ist eine Form von Kriegsführung. Das ist nichts anderes. Und darum versuchen jetzt diese Länder, die selber schon betroffen oder potenziell betroffen sind, eine Alternative zu entwickeln. Das hat sich über die Jahre ... Das war schon lange angedacht. Und jetzt unter dem Eindruck dieser Massnahmen gegen Russland hat sich das akzentuiert. In Kazan werden wir eine neue Etappe sehen. Nach dem, was wir wissen, wollen diese BRICS-Plus-Länder wollen eine neue Währung einführen. Und die soll teilweise goldbasiert sein, 40 Prozent Gold. Und der Rest gekoppelt an einen Währungskorb, der noch nicht definiert oder nicht bekannt definiert ist. Und das ist schon eine neue Situation. Wir haben ein Land, das bisher das Weltwährungssystem organisiert hat, das es einfach nicht mehr macht. Und in einer vernünftigen Art und Weise. Und wir haben einen neuen Wirtschaftsblock, der auch nicht besonders stabil ist. Und von Asien, in China. China ist natürlich ein stabiler Block, aber verfolgt eine merkantilistische Wirtschaftspolitik. Ob das sich gut verhält, das muss sich dann in der Praxis zeigen. Ich möchte aber noch einen weiteren Punkt ansprechen. Die USA, nicht nur das Verhalten, dass man auf so viele Länder gleichzeitig losgeht, ist problematisch. Sondern die USA sind selber auch nicht mehr ein sehr stabiles Gebilde. Wir haben seit Anfang der 2000er Jahre eine Explosion der Staatsschulden in den USA und parallel dazu eine massive Verschlechterung. Früher hätte man gesagt, das Nettoauslandstatus, heute der Nettovermögensposition der USA. Das sind Vorzeichen, dass das System nicht mehr funktionieren kann. Und die Tatsache, dass die USA derart grosse Leistungsbilanzdefizite einfahren, das ist per se ein Faktor, dass das Ausland dann nicht mehr bereit sein kann, das zu finanzieren. Gut, aber bisher war das ja kein Problem. Also wir sehen ja zurück, das beginnt vor allem 2003, 2004, hat das richtig begonnen zu steigen, hat ja bisher funktioniert. Ja, solange... Weshalb soll das jetzt auf einmal irgendwie... Ja, weil es natürlich keine Alternative gegeben hat. Sobald es eine Alternative gibt, wird das schon zu einem Problem. Dann vielleicht doch noch wichtig ist... Also die Alternative wäre? Eben diese BRICS-Währung, mindestens für diese Schwellen- und Entwicklungsländer, ist das natürlich eine attraktive Alternative. Dann zweitens, diese Länder waren zum Teil auch gebunden an den Dollar. Zum Beispiel das drittgrößte Überschussland, Saudi-Arabien, hatte seit 1974 einen 50-jährigen Vertrag, dass alle Währungsreserven im Dollar angelegt wird. Der ist dieses Jahr im Frühling ausgelaufen. Erzähl dir mal, wieso machst du so einen Vertrag? Was kriegst du als Gegenleistung? Ja, also Saudi-Arabien hat enorm profitiert, hat eine enorme Wirtschaftsentwicklung hingelegt, ist auch politisch immer und militärisch von den USA gestützt worden. Für Saudi-Arabien hat sich das bezahlt gemacht. Das Problem ist, dass heute die USA kein wichtiger Absatzmarkt mehr sind für Saudi-Arabien, sondern es ist China. Und ein Risiko in dem Sinne, dass man auf einmal irgendwie vielleicht auch auf die Sanktionsliste kommt. Das ist völlig klar. Würdest du denn sagen, ist das Währungssystem, wie wir es bisher hatten, disfunktional geworden oder sogar zukünftig wird es obsolet? Ich glaube, es ist disfunktional geworden, ganz klar. Es benachteiligt sehr viele Schwellen- und Entwicklungsländer. Indem? Ja, eben, dass sie unter schwerwiegenden, also in Anführungszeichen, Kriegsfolgen leiden. Also diese Sanktionen, die sind zum Teil enorm heftig. Dann das Zweite, was ich sagen würde, dass das Problem ist, eigentlich wie in der Zwischenkriegszeit. Wir haben ein Währungssystem, das nicht mehr funktional ist, des alten Hegemonen. Damals war es das Vereinigte Königreich. Und wir haben aber eine Politik des aufsteigenden Landes, das ist China, die auch dysfunktional ist. Dazu könnte ich vielleicht zwei Grafiken zeigen. Wenn man den globalen Güterhandel anschaut, dann sieht man, dass praktisch nur ein Land, grün eingezeichnet, nämlich die USA, Defizite machen. Und zwei Arten von Ländern, riesige Überschüsse, das ist China in Rot und Gelb, das sind die ölproduzierenden Länder. Was bedeutet denn das ganz konkret? Also hinten dran ... Ja, das ist ganz einfach, das Land, das die grossen Defizite macht. Die Überschussländer sind China einerseits und die ölproduzierenden Länder. Und die sind beide Sanktionen ausgesetzt. China seit 2019 die ölproduzierenden Länder. Viele der grossen noch heute, auch der Irak, Iran, Russland, Venezuela, das sind grosse Erdölproduzierende Länder, die von daher funktionieren. Also ist das nicht ... Diese Sanktionspolitik, die ist kontraproduktiv, treibt diese Länder eben in die Entwicklung eines alternativen Projektes. Und ... Ein Schuss ins Knie, also kann man sagen ... Ja, aus einer ... Es ist ein Schuss aus der Hüfte, der wenig überlegt ist und der ... Ich bin überrascht, dass das jetzt besonders unter der jetzigen Finanzministerin Janet Yellen, die früher mal Notenbankpräsidentin war, all das geschehen ist. Weil sie müsste eigentlich die Konsequenzen solchen Handelns einzuschätzen wissen. Nach meiner Meinung ist es langfristig, ist es ein totaler Schuss ins Knie, ja. Was wir bisher noch nicht ins Spiel gebracht haben, ist das Thema KI. Das wurde jetzt ja zwei Jahre lang über hochgehypt. Also ich habe da so meine Zweifel, dass das jetzt Breakthrough ist, aber sag mal, wie siehst du denn diese ganze Geschichte? Gut, da kann ich technologisch sehr wenig dazu sagen. Ich bin jetzt nicht mehr ein Spezialgebiet. Da will ich mich nicht dazu äussern. Aus ökonomischer Sicht würde ich einfach zwei Einschränkungen machen. Die erste ist, die meisten Leute haben ein Bild vor den Augen, dass diese KI-Revolution etwas Ähnliches ist, wie die Durchsetzung der Informatik in den Neunziger- und Nullerjahren. Das ging von den USA aus und hat sich weltweit durchgesetzt. Die USA haben in allen Bereichen die Standards gesetzt. Und hier, glaube ich, wird das nicht so sein, weil sie die USA eine extrem konfrontative Handelspolitik treiben. Sie versuchen zu verhindern, dass China die Chips neuester Generation kriegen, dass China Maschinen zur Herstellung technologisch sehr fortgeschrittener Chips überhaupt erwerben können. Sie versuchen also, China von der künstlichen Intelligenz quasi abzuschneiden, amerikanischer Prägung. Nun, aufgrund dieser Erfahrungen wird China niemals aufspringen auf diese Entwicklung in den USA, sondern einen eigenen Weg geben. Sie haben genügend Forscher, Entwickler, um das voranzutreiben. Sie haben ganze Heerscharen von hochspezialisierten Forschern. Das Zweite, also die Konklusion aus diesem Punkt ist, ich zweifle, dass effektiv KI amerikanischer Prägung diese weltweite Verbreitung finden wird, wie damals. Also das ist jetzt völlig komplementativ mit dem, was man sonst überall hört. Es wird gehypt und verkauft, versucht zu verkaufen. Ja, ich denke, China wird sich nicht auf das einlassen. Für verschiedene andere Schwellenländer auch nicht. Und das Zweite, ich glaube gar nicht, dass es stattfinden wird, diese Entwicklung in den USA. Und zwar, nach allem, was ich gelesen habe, ist KI extrem energieintensiv. Es braucht riesige Mengen von Elektrizität. Es ist leider so, dass die USA und Europa seit 20 Jahren eine stagnierende Elektrizitätsproduktion haben. Die USA, das ist die violette Kurve. Und Europa ist diese grüne Kurve und die EU ist die hellgrüne. Ja, das sinkt die Stromproduktion sogar. Da geht die Stromproduktion zurück. Und dem steht diese explosiv ansteigende Kurve Chinas gegenüber. Das ist bis 2023. Ich habe noch die Monatsdaten bis, glaube ich, in Juni, Juli verglich. Der Trend ist weiter genau gleich. China stark nach oben, Europa und die USA stagnierend. Dazu muss man sagen, das ist nicht nur ein Problem der Elektrizitätserzeugung. Es gibt die Reserven gar nicht, um diese von der KI geschaffene Elektrizitätsnachfrage zu befriedigen. Sondern es ist auch eine Sache des ganzen Übertragungsnetzes. Vor allem in den USA ist es völlig veraltet, ganz knapp, wirklich immer unter der Situation von grösseren Ausfällen. Es ist im Prinzip fast nichts investiert worden in den letzten 40, 50 Jahren in die Netze. In Europa sind die Netze auch teilweise angeschlagen. Und von daher sind schlicht von der Energieintensität der KI die Voraussetzungen für die nächsten fünf bis zehn Jahre für einen weitverbreiteten, allumfassenden Einsatz im Westen sind nicht vorhanden. Ich möchte noch einen Punkt hervorheben. In China wird das KI das grosse Ding sein. Das wird vom WEF seit zehn Jahren gehypt. Und wenn wir schauen, die Entscheidungsträger haben gar nichts gemacht. Was stattfinden wird, ist eine Energiepreisexplosion. Und darum bin ich auch so negativ. Eigentlich nicht nur für jetzt die Rezession, die ich für 2025, 2026 erwarte, sondern darüber hinaus. Ich glaube, wir kommen in ein hochinflationäres Umfeld für den Rest der Dekade. Und die Zinsen, die alle, also wirklich, ich sehe alle denken, wir sind auf dem Rückkehr zu einer Normalisierung. Ich glaube, die Zinsen werden jetzt etwas sinken in der Rezession. Sie können, wenn ein Kreditereignis stattfindet, dann können sie sogar kurzfristig scharf sinken. Aber längerfristig, wenn diese KI-Welle kommt, dann werden die Energiepreise explodieren und die Inflationsraten werden folgen. Und wir werden viel höhere Zinsen kriegen und das wird die Aktienmärkte weltweit stark unter Druck setzen. Gut, aber dann ist definitiv das grosse Problem da. Ja, das ist eigentlich der, ja. Also du sagst, Energie ist so der, da dran hängt es eigentlich. Ja, auch zusätzlich, muss ich noch sagen, auch aus geopolitischen Gründen. Ich denke, dass wir ein ganz erhebliches Risiko haben, dass aus geopolitischen Gründen die Energiepreise schon relativ rasch steigen könnten. Also ich meine, das ist klar, wenn es einen Krieg im Mittleren Osten geben sollte. Ich hoffe natürlich nicht, aber eine Konsequenz davon, wir werden stark steigende Erdöl- und Ergaspreise sein. Und ich denke, auch eine Intensivierung, eine Eskalation des Ukraine-Krieges, auch da hoffe ich, dass es nicht eintreten wird, würde bedeuten, dass es ist ein Energiekrieg, der Ukraine-Krieg, nicht? Es ist ein Krieg gegen die Energiegrossmacht Russland. Und Russland zerstört die Energieversorgung der Ukraine. Und ich glaube, eine Eskalation würde das auf das globale Umfeld übertragen. Also da würden auch Schläge aus Russland auf Energieinfrastrukturen im Westen erfolgen und umgekehrt in Bezug auf in Russland, also seitens der westlichen Märkte in Russland. Also steigende Energiepreise, spätestens da kriegt man dann wirklich die Inflation wieder ins Haus. Und dann mit diesen Schulden, die wir vorhin gesehen haben, wird das eigentlich wirklich dann zum Grab eigentlich für die Wirtschaft. Also ich denke, dass das die Risikosituation ist. Und mir fällt einfach aus, wir sind sehr nahe an einer weltkriegsähnlichen Situation. Und da muss ich immer im Klaren sein, dass in einem Krieg ist das Erste, was stirbt, ist die Wahrheit. Und in der Propaganda ist immer alles unter Kontrolle. Und das ist hier nicht gegeben. Wir sind ganz nahe an einem schweren Konflikt der grossen nuklearen Mächte einerseits und einem grossen Krieg im Mittleren Osten. Und das kann also das Szenario von einem Tag dann auf den anderen komplett umändern. Ja, was sind denn jetzt deine Empfehlungen? Was würdest du machen, wenn du die Anlagepolitik, so wie du das mal auch getan hast, von einem grossen Schweizer Anleger, von einem Institut bestimmen müsstest, etwa einer riesengrossen Pensionskasse? Ja, ich würde den Aktienanteil drastisch reduzieren, vor allem denjenigen in den USA. Ich würde Goldproduzenten kaufen, weil ich glaube, durch die Tatsache, dass diese Bricks-Länder eine teilweise goldbasierte Währung haben wollen, werden die Goldpreise weiter steigen. Sie müssen sich vorstellen, die jährliche Neuproduktion von Gold ist nichts im Vergleich zu der Nachfrage praktisch aller Notenbanken, nicht nur der Bricks-Länder. Und das wird sich unweigerlich in weiter steigenden Preisen niederschlagen. Die grossen Goldproduzenten sind sehr niedrig bewertet. Sie haben totale Produktionskosten von 14 bis 1500 Dollar pro Unze. Im Moment sind die Preise bei 2.670, 80, habe ich gesehen. Die haben riesige Gewinnmargen auf das. Und wenn die Goldpreise weiter steigen, dann haben vor allem die grossen Goldproduzenten, die haben natürlich sehr viel expandiert in den Jahren 2018 bis 2022, die Investitionen eigentlich getätigt und stehen vor einer sehr ertragreichen Zukunft. Gut, Michael, vielen Dank, dass du... Vielen Dank, dass ich komme. ...und das alles ausgebreitet hast. Und hoffen wir doch, dass es nicht ganz so schräg und schwer kommt. Dankeschön, dass du hier warst. Danke, einerseits.